Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 62.500 US-Dollar. Wir hatten gestern eine sehr volatile Phase, beziehungsweise gab es einiges an Bewegungen. Ihr habt es vielleicht gestern in der Telegram-Gruppe ein bisschen mitbekommen. Ging irgendwie hin und her mit Trade rein, mit Trade raus. Das Wichtigste ist, ja, die Short-Position läuft weiterhin. Wir haben alle drei Take-Profits genommen. Longmäßig waren gestern auch genug Möglichkeiten und wir schauen uns heute an, wie es möglicherweise weitergeht. Wir haben auf jeden Fall DAX-Trade, wo es noch zu besprechen gibt. Wir gucken uns an, was Gold macht und natürlich auch die Forex-Märkte etc. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir hier noch starten, lasst den Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoin. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Gestern ging noch ein Quant-Altcoin-Update-Video online. Schaut euch das gerne an auf dem Kanal. Wenn ihr das Ganze traden wollt oder im Endeffekt auch Spot kaufen wollt etc. Alles, was wir hier im Video besprechen, könnt ihr alles bei meinem Partner BingX. Natürlich auch kaufen, traden oder sonstiges machen. Außerdem gibt es momentan wieder ordentliche Boni abzustauben für euch, die euch vielleicht zum Start etwas weiterhelfen können. Jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 62.500 US-Dollar. Ich habe hier schon mal so grob eingezeichnet, was so ein bisschen mein Plan ist für den heutigen Tag, beziehungsweise bis morgen. Morgen kommen ja die Inflationsdaten dann aus den USA um 14.30 Uhr auf uns zu. Deshalb rechne ich erst einmal noch damit, dass wir zumindest mal heute und morgen nochmal etwas bullischer sein könnten. Wir hatten gestern sehr, sehr viel Volatilität, die sich gut geeignet hat zum Traden. Wir haben hier eine schöne Bullish Divergence gehabt, auch wenn die auf sehr, sehr hohem Niveau ist, muss man natürlich auch dazu sagen. Wir haben RSI bei 40 und da sind die Divergenzen immer etwas schwerer. Aber es passt relativ gut zu dem, was wir eben gestern angesprochen haben, dass wir eben nochmal die tieferen Tiefs hier holen, die Wicks und alles. Und dann zumindest nochmal einen Anlauf nach oben hin starten sollten. Unser Golden Pocket hat sich leicht verschoben, liegt jetzt bei 63.400 US-Dollar. Das ist auch so grob das Ziel, was ich mir vorstellen könnte für den heutigen Tag, beziehungsweise morgen, dass wir uns eben die Liquidität hier nochmal abgreifen. Vor allem, weil wir gestern ins 0,5er Fibonacci Retracement Level hier oben bei 63.180 US-Dollar gekommen sind. Seitdem Volumen deutlich zurückgegangen. Wir haben hier einen Wick hinterlassen mit sehr, sehr viel Volumen, was natürlich auch nochmal darauf hindeuten würde, dass wir uns diese Liquidität nochmal holen und dann eben den Abverkauf nochmal in Richtung 61.600, 61.400 US-Dollar starten könnten. Sollte die Zone brechen, bleibe ich dabei. Dann kommt Szenario oder mein übergeordnetes Szenario weiterhin intakt mit 58.000 US-Dollar. Das ist jetzt das Short-Term-Szenario mit 63.400 bis dann runter 61.400. Long-Term oder Mid-Term kann man jetzt möglicherweise sagen, wären dann so die 58.000 US-Dollar, die ich immer noch sehe. Ich bin nicht extrem bullish und ich bin auch nicht extrem bearish. Ich sehe das alles noch ein bisschen von der rationalen Seite. Ich glaube aber, dass der Oktober nochmal holprig werden könnte. Beziehungsweise momentan ja auch ein bisschen holprig ist, was so das Ganze anbelangt. Das lässt sich gut traden, weil wirklich die Level auch, die ganzen Fibs sehr, sehr gut respektiert werden und momentan auch die Divergenzen wieder klappen. Ihr wisst, im September hatte ich ein bisschen Probleme mit BTC-Trades. Da kam gar keiner. Jetzt bin ich da wieder deutlich mehr drin bzw. positiver gestimmt, dass der Markt auch ein bisschen mal mit sich spielen lässt. Ansonsten Open Interest und sowas ist weiterhin relativ hoch und wir haben Funding Rates, die relativ normal sind. Also das heißt, es ist komplett ausgeglichen. Wir müssen jetzt nicht unbedingt in die oder die eine Richtung, um das meiste an Liquidität abzugrasen. Gestern hatten wir nochmal kurz das Thema, wo hat man es denn, wo hat man es denn, wenn ich es jetzt nochmal sehe, Liquidity Heatmap, das war hier, das lädt jetzt aber anscheinend gerade wieder nicht, muss man aber ein bisschen vorsichtig sein. Also ich sage mal, Short-Term lässt sich das gut machen mit den Heatmaps, weil halt wirklich gezeigt wird, wo ist die Liquidität, hat auch hier oben ganz gut gepasst. Das andere ist da oben, haben wir auch mit dem Fib-Level gearbeitet. Größere Zeiträume können sich die ganzen Orders halt immer wieder verschieben. Das ist halt immer so dieses ganze Ding, ja wir haben bei 70 Grad plötzlich ganz, ganz viel Liquidität, da hatten wir vor ein paar Tagen gar keine Liquidität. Das ist ein reines Gedankenspiel, da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig an eurer Stelle, sich nur nach solchen Heatmaps zu richten, zumindest auf den größeren Timeframes. In den kleineren Short-Term-Timeframes lässt sich das vielleicht gut anwenden, aber auf den größeren wäre ich da extrem vorsichtig auf jeden Fall. Gehen wir rüber zu Ethereum. Ethereum ist tot. Ich glaube gestern oder vorgestern hat es irgendjemand in die Gruppe reingeschrieben, dass bei den ETFs null Zuflüsse und null Abflüsse waren, also Ethereum momentan wie tot, lohnt sich nicht. Also hier bleibe ich bei meiner Meinung von gestern, wir warten ab, wir schieben das einfach mal wieder weiter nach drüben, wobei das Szenario, dass wir erst nochmal nach oben hingehen, deutlich wahrscheinlicher ist, weil wir auch bei Bitcoin davon ausgehen, dass wir nochmal höher gehen. Aber ansonsten ist Ethereum momentan wie tot genauso wie der gesamte Altcoin-Markt, der sich nur marginal wirklich bewegt. Gehen wir rüber zu Gold, da hat sich ein bisschen mehr getan, wir sind leider nicht mehr nach oben hingegangen. Also da hat Micha aus der Telegram-Gruppe mehr Recht gehabt, muss ich ihn auch loben. Er hat gemeint Short, ich war echt nochmal dafür, dass wir nochmal hochgehen, aber ich bleibe dabei. Ich bleibe bei meiner Analyse, vorher gehe ich nicht Short. Ich warte jetzt auf diesen Impuls nochmal nach oben, ob wir vielleicht nochmal ein höheres Hoch kriegen. Sobald wir hier über die 2.653 US-Dollar gehen, gehe ich nämlich stark davon aus, dass wir ein neues Altam High sehen werden. Da wird es jetzt darauf ankommen, wir haben nämlich auch hier, wenn wir mal ganz kurz das FIP-Level ziehen, von unserem Hoch zu unserem Tief sehen wir einerseits natürlich die Trendlinie, die hier verläuft von unserem Symmetrical Triangle. Das kann ich euch auch gleich mal noch einzeichnen, damit es hier wirklich komplett drin ist. Das ist das Symmetrical Triangle. Die Trendlinie verläuft genau hier an unserem Golden Pocket entlang. Das heißt, das ist so ein bisschen die Bruchstelle. Sollten wir da rüberkommen, sehe ich ein neues Altam High auf uns zukommen, sollten wir hier eine Rejection reinkommen, dann rechne ich erstmal mit einer größeren Korrektur. Aber das wäre immer noch eine Möglichkeit, hier möglicherweise bei 2.634 beziehungsweise 2.640 US-Dollar eine Short-Position dann einzugehen. Ansonsten halte ich mich hier erstmal weiterhin zurück. Ducks Trade, perfekt verdoppelt, da haben wir ja gestern früh im Video drüber gesprochen. Die grüne Box, 18.920 hat er perfekt abgeholt und die Position ist jetzt erstmal verdoppelt. Auch hier gehe ich weiterhin davon aus, das ist unsere Short-Box hier oben, die 19.287. Unseren Entry haben wir jetzt momentan bei 18.600 US-Dollar, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich glaube, ich habe gestern richtig nachgeguckt. Das heißt, wir haben nach unten hin noch deutlich mehr Platz und haben hier auch einerseits diesen WIG, die, ja, den Open oder diesen leeren Bereich hier unten haben wir auch noch abgedeckt. Das heißt, wir sind hier erstmal safe, trotzdem Stop-Loss Entry, Verdopplung oder erster Take-Profit würde ich dann hier oben bei so 19.200, 19.180 irgendwie hier rum, würde ich dann die ersten Profite auf jeden Fall beim DAX nehmen. Ich hoffe, dass wir diesen ersten Take-Profit von der Verdopplung noch vor dem Fettzinsentscheid bekommen, damit wir hier einfach ein bisschen mehr Sicherheit dann für den restlichen Tag haben werden. Ansonsten, wir haben Gold gesprochen, ah ja, Euro gegenüber US-Dollar, da sind wir weiterhin so im Niemandsland. Also Trade läuft noch, ist relativ tot momentan. Auch hier erinnert mich ein bisschen an Ethereum, weil sich hier einfach momentan gar nichts tut im Chart. Das heißt, auch hier können wir uns weitere Analysen erst einmal sparen. Ansonsten, Altcoin-Markt, auch relativ tot, wir haben kaum Bewegung, wenn sich irgendwas einstiegsmäßig los, dann guckt die Altcoin-Update-Videos an, die jetzt nach und nach wieder kommen. Ansonsten, Markt ziemlich ruhig, ich denke, die warten alle auf die Inflationsdaten, warten wir mal ab, was da morgen rauskommt. Ich bin eigentlich relativ zuversichtlich, was das Ganze anbelangt, aber gut, warten wir ab, was da auf uns zukommt. Ansonsten, alle Trades besprochen. Wenn es irgendwas geben sollte, kommt, wie gesagt, gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein, ist alles for free. Ansonsten, wenn ihr mich unterstützen wollt, meldet euch bei BingX an. Link dazu in der Videobeschreibung und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen, angenehmen Tag. Lasst es euch gut gehen, wir hören uns morgen wieder oder heute nach in einem kleinen Altcoin-Update-Video noch. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.